Der Tag für Konfirmation ist bin. Wir folgen Konfirmantene til Kirche mit Presten als Führer. Die Kirche mit Presten als Führer. Die Kirche mit Presten als Führer. Etter at den sermonelle delen er over, ser alle ut til å være godt fornøyd med dagen så langt. Die Kirche mit Presten als Führer.